die Glasproduktion auch mal abblasen, so dann spare ich hier auch wieder ein bisschen Geld ah, das mit der letzten Mission war mal echt eine Lehre, dass ich hier nicht wieder pleite gehe ja, sink, sink du scheiß Schiff ah, komm, noch einmal, komm ah, fuck ah, einmal nur noch Treffen und dann ist es hin, das Ding oh, ich kann eine Nussschale bauen die hier, so dann kann ich ein bisschen mehr mitnehmen den verweigere ich einfach mal na, dann wollen alle gleich glaube ich zumindest hm, was brauche ich denn für die anderen Getränke, jetzt gucke ich hier mal nach benötigt Bewirtschaftet 8 Obstgärten, produziert Früchte Molkerei, produziert Milch Fahrzeug fertiggestellt machen wir mal von dem hier brauche ich, ich brauche noch Holz ich brauche noch ein bisschen Holz dann kann ich vielleicht mal so oh, meine Stadt qualmt ein bisschen oh, meine Ökobilanz ist auch wirklich schön ekelhaft so hm kein Wunder, dass hier keiner aufsteigen will aber solange nicht noch ein paar Leute aufsteigen, wird das nix ach, ich habe ja schon 1300 Eco-Ingenieure ach, das sind die Einnahmen ey, ich brauche noch ein paar Leute hier äh, muss ich wirklich die Drinks machen ich brauche jede Menge Holz ja, ja Spiel gespeichert ich weiß es ist ja schön, so so, probieren wir es mit jeweils einem die Produktion machen wir hier hin so, Malkerei Warno, verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung ja, ist schön für dich, so jetzt kommst du da hin, so 8 zu Teile so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so, dann da brauchen wir sieben Stück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dann baue ich Straßen wie immer so, dann brauche ich wieder das hier das das so jetzt hoffe ich, reicht es so der produziert auf 100 der mittlerweile nur auf 0 super ach, kann ich hier wieder keine Früchte produzieren äh doof alles klar bei dir? nö wie immer halt Gemüse wird verkauft super war das Ganze hier total für den Arsch ne wenn du hier nix produzierst oh, da habe ich da etwas bekommen nö einkauf nö es wird nix so dürfen wir die ganzen Betriebe wieder abreißen ah, doof ja, bringt nix so ey ich hab doch ey so mag das nicht so weg mit euch dann halt nicht dann kriegt ihr halt nix von dem Zeug die machen hier nicht mal anstalten dass sie aufsteigen wollen doof so du kriegst ne pause du kriegst auch ne pause so so mit den teilen hier so mit den teilen hier hier mit der Öko-Bilanz besser wird sonst wird es hier gar nichts ich komm wieder auf 94 runter was sieht es hier aus die kosten jeweils nur ein ich glaube die Dinger so richtige Luftverpester oder nö doch nicht was haut hier eigentlich so schlecht rein in die Öko-Bilanz voll krass ach kommt Leute das gibt's doch nicht hab hier die Produktion gestoppt die machen viel miese hier wie viel communicator hab ich denn jetzt 52 so pause so dann mach ich euch zwei auch noch pause so vielleicht funktioniert's ja irgendwie bringt das gar nichts also wenn du hier weiterhin das Sagen hast brauchen wir uns keine Sorgen zu machen ja 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 hm irgendwie steigt hier nichts mehr auf ich weiß nicht wieso Smog der negative Öko-Bilanz dieser Insel senkt die Zufriedenheit der Bewohner die halten sich eigentlich gleich äh die Qualm raus wie blöd na gut einen einen ist ja jetzt nicht so dramatisch hier leben lauter glückliche Menschen und das ist dein Verdienst jetzt hau ich hier ein so ein Teil noch rein vielleicht bringt's ja was was ich jetzt nicht glaube wo ist es denn hier so hier rührt sich gar nichts toll toll ach ah schließen zu mit dir so jetzt produziere ich hier sicherheitshalber wieder weil sonst gib mir irgendwas aus und dann meckert die Bevölkerung wieder das wäre nicht so toll so jetzt muss ich irgendwo noch ein Fleckchen finden wo ich so ein Teil hinbauen kann oder wo es auch was bringt hier rein so hier geht noch so jetzt habe ich hier fast die ganze Insel nur mit solchen Teilen zugepflastert und es bringt nix jetzt jetzt muss ich hier echt bald mal was ändern äh was zog ich denn schon wieder hier das hier so so dann baue ich hier wo ist es denn schon wieder hingekommen aber jetzt mal schön langsam hilft ja nicht ich könnte ja auch mal eine Feuerwehr basteln und ein Krankenhaus natürlich so Senatseffekt Status wo Statue trinkt wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht dank dir machen wir ein bisschen Deko machen wir ein bisschen Deko hmm weißt du was genau so stelle ich mir eine moderne Stadt vor noch nicht